Hallo, ich bin die Gerti. Ich starte heute meinen YouTube-Kanal und ich freue mich ganz, ganz herzlich, euch heute begrüßen zu können. Und bei der Gelegenheit stelle ich mich gerade mal vor. Ich bin die Gerti, bin 64 Jahre alt und bin in Rente, lebe in der schönen Universitätsstadt Marburg im Hessenland. Ich habe Hobbys und die wären da das Walking, Yoga und das Theaterspielen. Das Walking oder meine gesamten Hobbys mache ich in einer Gruppe. Das Walking treffen wir uns einmal in der Woche und rennen dann durch den Wald und natürlich auch wieder raus. Das ist dann recht entfrischend und es tut einfach gut. Das Yoga mache ich für mich so als Ausgleich, so ein Gleichgewicht zu haben und das habe ich ein bisschen vernachlässigt. Aber im Januar geht es weiter und deswegen, ja, das Theaterspielen war jetzt im Fokus. Im November haben wir unsere Komödie aufgeführt und ich kann mit Recht sagen, also das hat dem Publikum ganz, ganz doll gefallen. Ja, so verplant man dann seine Zeit mit Aktivitäten und es macht auch Spaß mit der Gruppe. Ja, in meinem Leben, was gibt es da so Besonderes? Ich meine, immerhin bin ich 64 Jahre alt und da ist ja eine Menge passiert. Ich habe drei erwachsene Kinder, auf die ich sehr stolz bin und sechs wunderbare Enkel, über die ich mich jedes Mal freue. Ja, was ist so mein Teno für das Leben? Also ich würde sagen, Leben und Leben lassen. Wir sind alle etwas individuell und jeder möchte von dem Anderen angenommen werden und angenommen sein. Warum dieser YouTube-Kanal? Ja, teilen wir doch unsere Lebenserfahrung, alle Facetten des Lebens, gerade im Alter, aktuell zu bleiben und ja, es kann auch die Pflege betreffen, es kann die Mode betreffen, alles was uns interessiert. In diesem Sinne, bleibt gesund und munter. Eure Gerti. Tschüss.